Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skull Island, Rise of Kong. Wir müssen... Ich weiß auch nicht, was wir machen müssen. Ich laufe jetzt einfach ein bisschen dem Zeugs herum. So. Jetzt sind wir ein paar Vögel am Schlafen. Na, komm. Ich teub das... Ah, shit. Komm schon. Na los, pack ihn. Sehr gut. Der ist auch erledigt. Und er auch. Okay. So, der Lebo. Wo muss ich... Ich laufe aber dorthin, wo ich noch nicht war. Ich denke, das ist die sinnvollste Idee. Haben wir hier nochmal so ein Gebrüll. Hm. Geradeaus oder rechts? Wir gehen mal nach rechts. Komm. Pass mal auf die Dinger hier. Gönnen wir... Gönn mich alle mal. Nein. Ist auch nichts. Äh, da rechts ist aber irgendwas. Okay. Aber wahrscheinlich nichts, was mir irgendwas bringt, ne? Schön geblockt. Schön geblockt. Komm. Wir töipen sie mal alle hier. Ey. Aber er hat mich nur einmal getroffen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ein großer Fortschritt. Gehen wir mal hier hoch. Mal schauen, ob mir das was bringt. So, ich gehe mal schon davon aus, dass das sinnvoll ist hier. Weil ich wüsste nicht, wo ich sonst hin soll. Naja. Die Blume brauche ich mal noch nicht. Oh nein. Das schon wieder. Oh je, Mine. Lass ich mir mal einen Schluck Energy Drink nehmen. Den brauche ich jetzt. Ah. Oh, es ist 16.06 bei mir. Mein Geburtsdatum. 16.06. Und nein, ich bin nicht arbeitslos, weil ich am 16.06 am Aufnehmen bin. Es ist bei mir jetzt nämlich ein Dienstag. Ich habe Urlaub. So. Und wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich auch wirklich im Urlaub, ne? Das ist drei Tage für Vorproduzieren genommen. Respektive jetzt sowieso genommen. Und dann gehe ich nach Rumänien. Oder ich bin jetzt in Rumänien bei der Familie. In dem Moment, in dem ihr das Video seht. Ah, guck mal. Neue Gegner. Neue alte Gegner, besser gesagt. Na dann. Komm mal her. Nein, komm mal her. Betäub sie mal alle. Und brech... Alter. Und brech ihm das Genick. Komm mal her. So, dele. Hätten wir die auch erledigt. Ohne einen Treffer. So, das ist irgendwie hier hoch. Okay. Warte mal, von wo bin ich gekommen? Ah, von da hinten. Okay. Dann ist das schon korrekt, was ich hier mache. Und zack. Ja, super. Hat ja mega funktioniert, der eine Schlag, ne? Ja, man. Erledige ihn. Alter. Na, der soll auch kommen. Sehr gut. Erledigt. Guck mal, jetzt machen wir ja richtig guten Progress aktuell, ne? Ich weiß, wo es durchgeht. Wir kommen weiter. Das ist immer gut. Aha. Weißt du was? Hier, aktiviert es mal. Geht mal weg jetzt hier. Oh Gott, nochmal. Kommt raus, ihr blöden Viecher. Hier. Ja. Erledigt. Uh, da ist nochmal einer. Gut. Ja, das kann ich noch nicht kaputt machen. Das ist schade. Ach, noch mehr Vögel. Ach, eie. Na ja. Erledige ihn. Wir müssen uns das Leben ja einfach machen, oder? Der ist erledigt. Okay. Und zack. Gut. Ah, scheiß mal. Ah, komm. Wollte eigentlich sagen, scheiß mal auf den Kleinen, aber ist okay. Hm. Was ist da vorne? Was leuchtet da so gelb? Ist das so ein Artefakt? Das ist so ein Artefakt? Ein Pilz. Oh. Jetzt bin ich wieder hier unten. Ich glaub's ja nicht. Naja, dann ist halt das hier wohl der richtige Weg, ne? Das ist jetzt ein Jump'n'Run-Spiel geworden. Ja. So, dann geht's jetzt hier hoch. Das ist aber da vorne. Das ist aber eine große Krabbe dort hinten. Krieg ich auch wieder mal einen Fertigkeitspunkt oder irgendwas? Ey. Gut, das ist wenigstens eine der Krabben, die relativ easy zum erledigen ist. Ja. Come on. Brava-Gorilla. Äh. Guck mal hier, du. Ey, stehen geblieben. Alter. Es klingt irgendwie jedes Mal makaberer. Ich hab das Gefühl. Es klingt jedes Mal schlimmer. Erledigt? Ne, ist noch nicht erledigt. Machina dafür fertig. Komm. Alright. Und sonst so? Er hat noch nicht mehr Willen, normal. Haben wir noch ein paar Krabben. Oh, 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 oh. Getopptet, das blöde Viech ist ja nicht mal so richtig. Danke. Scheiße, ey. Ey. Sag mal. Jetzt aber. Nächstens kann ich mich da direkt heilen. Okay. So viel Heilung gibt's zwar nicht, aber es ist okay. Aha. Kämpfe macht die Zone frei. Nichts leichter als das. Kommt nur. Wo seid ihr denn? Hä? Wo sind die denn? Ah, lol. Da haben sie sich versteckt, die kleinen Wichser. Okay. Und zack. Aua. Noch mehr. Da hinten. Die nächste Welle. Na los. Sag mal. Da kommt sicher noch eine dritte Welle. Aber wo? Ah, da sind sie doch schon. Okay. Weißt du was? Hier. Oh, kurzen Prozess. Zack, zack, zack. Pong hat gesiegt. Oh. Sonst so. Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich denn jetzt? Fünf. Okay. Aber ich brauche zehn. Ich brauche zehn. Das ist scheiße. Naja. Jetzt haben wir halt wieder ein Problem. Wohin soll ich jetzt gehen? Erst mal hier die Blume fressen. Geh nach unten. Fühlen wir mal. Komm. Wir warten mal noch nicht. Das heißt, es ist was Gutes. Oh. 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 Okay. König, den geht's. Aber morgen. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag, mach's gut. Tschüss.